Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview der Glücksknöpse. In unserem oft hektischen Alltag, vor allem für uns Mamas, ist es wichtig, dass wir auch mal Zeit einplanen für uns selbst, als Auszeit. Und in dieser Zeit entspannen wir uns und laden gleichzeitig unsere Batterien wieder auf, damit wir für die nächsten Stunden und Tage wieder Kraft und Energie haben. Für unsere Familie, für unsere Kinder, für unseren Job, für unseren Partner. Tun wir das nämlich nicht, dann leben wir meist nur im Notfallmodus mit einem ganz, ganz niedrigen Batterielevel. Und das führt über kurz oder lang zur Krankheit. Eine gute Möglichkeit, was man in dieser Auszeit machen kann, um seine Batterien wieder aufzuladen, möchten wir euch heute vorstellen. Und das ist nämlich das Singen. Und heute spreche ich mit einer Frau darüber, deren Leidenschaft das Singen ist. Und sie schreibt, Singen ist Wellness für Körper, Geist und Potenzialentfaltung. Hallo und herzlich willkommen, Ariane Roth. Hallo liebe Kiki. Freue mich sehr, dass wir hier zusammen sprechen. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich stelle dich noch ganz kurz vor. Du bist professionelle Sängerinnen, bist auf vielen Bühnen aufgetreten. Du bist aber gleichzeitig auch Stimmcoach, begleitest also Menschen, die beruflich sehr, sehr viel sprechen. Du hast studiert, du bist Musikpädagogin, hast glaube ich in Salzburg studiert, wenn ich mich richtig erinnere. Bist auch systemischer Coach und du bist Mama von einem Sohn. Und du singst bestimmt täglich. Und jetzt, liebe Ariane, möchte ich gerne wissen, warum sollen wir auch täglich singen? Oh, was für eine große Frage. Mein Lieblingsthema. Ja, danke erstmal für die Einladung, dass ich über dieses Thema mit dir sprechen darf. Ich finde, das gehört in die Welt. Ich finde, wir alle und gerade Mütter, Familien sollten jeden Tag singen, weil es eine ganz natürliche und einfache Methode ist, sich selbst, wie du auch so schön sagst, eine Auszeit zu gönnen, die Batterien aufzuladen, ich sag immer, die Energietankstelle wieder aufzufüllen. Und das Schöne ist, dass man dazu gar nicht singen können muss. Und das schicke ich immer dazu. Denn wenn die Leute hören, dass ich Profisängerin bin, ja. Aber mir geht es ja darum, singen wirklich für jedermann und jeder Frau und für alle Menschen wieder so in die Erinnerung zu rufen und aus dieser verstaubten Ecke rauszuholen. Und einfach niedrigschwellig wieder daran zu denken, ob am Abendbrottisch oder abends beim Einschlafen oder morgens, bevor die Familie das Haus verlässt. Singen ist eine ganz tolle Möglichkeit, um hier die mentale und die körperliche Gesundheit zu stärken. Ich würde gerne später noch auf metallenkörperliche Gesundheit kommen, aber du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, finde ich. Das ist, ob jemand singen kann oder nicht. Ich finde, das Thema Singen ist ja ganz, ganz viel mit Scham und auch Angst besetzt. Also es gibt zum einen ja diese notorischen Nichtsänger, die singen einfach nie. Und dann gibt es so die Menschen, die eigentlich ganz gern singen, so unter der Dusche, im Auto, ganz allein, wo man sie nicht hört, weil sie einfach sagen, ich kann nicht singen oder weil sie ihre Stimme nicht mögen. Und ja, sie schämen sich. Und in der Öffentlichkeit zu singen, das traut sich ja wirklich eigentlich gar keiner. Kannst du dir vorstellen, woher kommt das, dass wir uns dafür schämen, nicht singen zu können oder zu denken, dass wir nicht singen können? Und vor allem, was vielleicht noch wichtiger ist, was können wir eigentlich dagegen tun? Ja, in meiner Arbeit jetzt schon seit über 20 Jahren erlebe ich die unterschiedlichsten Gründe. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich auch damit zusammenhängt, dass wir Erwachsene sehr streng und kritisch mit uns sind und in der Kindheit negative Erfahrungen gemacht haben. Also ich höre dann oft so Geschichten wie, oh Gott, nee, ich kann nicht singen. Damals musste ich in der Musikstunde mich vorne vor die Klasse stellen und alle haben gelacht. Oder der Partner oder die Kinder sagen, oh Gott, Mama, hör auf. Wir Frauen sind sowieso sehr, sehr kritisch mit uns und wir wollen einfach keine Fehler machen. Wir wollen uns nicht blamieren. Und Singen ist auf einmal in so eine Ecke gerückt, als dürften das nur Profis. Und ich habe ja, und da reden wir auch vielleicht später ja auch noch darüber, ich habe ja ein Projekt gestartet vor ein paar Jahren, wo wirklich die notorischen Nichtsänger dazu kamen. Und ich habe da jetzt wirklich Erfahrung sammeln dürfen, auch mit einer Studie. Und da kam raus, ach so, Moment mal, ich muss gar keinen Ton treffen können. Ich muss nicht singen können. Singen tut immer gut. Wichtig ist aber zu verstehen, warum ist da so eine Hemmschwelle? Was stört mich da, vielleicht auch an meiner Stimme? Und dann sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Aha, meine Stimme, die ist ja nicht ausgebildet. Ich singe ja nie. Also darf ich erst mal hören, ach so, meine Stimme, die ist einfach so, wie sie ist. Wir bewerten erst mal nicht, denn unsere Stimme gehört zu unserer Persönlichkeit. Und unsere Persönlichkeit ist so, wie sie ist. Und in einer Coaching-Arbeit arbeiten wir auch daran, erst mal uns zu akzeptieren und zu sagen, okay, so ist es. Und diese Akzeptanz, die fördert jetzt und öffnet einen Raum. Und in diesem Raum traue ich mich, wenn dieser Raum sicher ist, dass ich ausprobiere und plötzlich merke ich, wow, ich kann ja hoch singen, weil übrigens, ich kann ja auch hoch sprechen. Wenn ich aufgeregt bin, ich rede hoch. Wenn ich lache, werde ich andere Töne produzieren. Also notorische Nichtsänger benutzen ihre Stimme ja tagtäglich, nicht nur monoton. Also wenn ich lachen kann, kann ich auch singen. Und was kann ich also tun? Wichtig ist erst mal, was ich jetzt auch schon ein bisschen gesagt habe, erst mal zu verstehen, es geht ja nicht um einen Wettbewerb. Keiner muss bei Voice of Germany auf die Bühne. Ich sage auch immer, es gibt keine Musikpolizei, die jetzt klingelt. Ding Dong, der Ton war falsch. Ah, wir Deutschen dürfen uns locker machen. Kinder machen das toll vor. Dreijährige, sechsjährige Kinder, die stellen sich hin und singen. Ob die jetzt Brummer sind, wir nennen das Brummer, also Kinder, die jetzt nicht vielleicht die Tonverortung haben, gut intonieren können. Oder ob das Kinder sind, die ganz sauber schon Töne treffen. Es ist egal, Kinder haben Spaß beim Singen. Und diese kindliche Neugierde, dieses experimentierfreudige Ausprobieren, wenn wir das Erwachsene uns wieder, ja, uns daran erinnern, dann können wir auch starten, ein Song am Tag, und zwar den Lieblingssong, den wir schon immer lieben. Und ich glaube, es gibt fast keinen Erwachsenen, der keine Musik mag. Und wenn wir jetzt unseren Lieblingssong anmachen, im Auto, unter der Dusche, wie du so schön sagst, oder zu Hause mit Kindern oder ohne, wenn mal ich alleine zu Hause bin, und dann fange ich einfach an, mich mal zum Song zu bewegen, und dann lasse ich mal entstehen, was da kommt. Ich leite hier immer sehr gerne an, hör mal zu, was du da hörst. Gibt es da ein Wort, was du hörst? Ah, gibt es ein Instrument, was du hörst? Gibt es den Refrain, eine kleine Zeile. Und wenn wir jetzt einen Punkt erstmal haben, mit dem fangen wir an. Und das ist schon singen, das reicht. Und dann kann ich dieses eine Wort immer wieder singen. Oder ich mache la la la, oder du bi du, ist es völlig egal. Hauptsache, diese Stimme darf ins Tönen gebracht werden, damit dann diese positiven Effekte entstehen. Das heißt, es ist auch völlig egal, ob ich den Text kann, ob ich nur einen Teil mitsinge, und es werden dann die positiven Effekte kommen. Ich habe noch eine Frage. Wenn man das jetzt öfters macht, es ist ja, wir sind, ich weiß, wir haben oft einen Perfektionismus, aber oft ist es ja so, dass wir Menschen uns weiterentwickeln wollen. Und wir wollen uns ja verbessern. Wenn wir jetzt jeden Tag einen Song singen, werden wir dann auch besser? Ja, das Schöne ist, bei meinem Experiment, sage ich jetzt mal so, wo in ernst zu nehmen das Projekt raus entstand, das ist meine Plattform, da habe ich das ja live miterleben dürfen. Und es ist ja nur online singen, wo ich auch als Profi mir dachte, oh Gott, online, das geht gar nicht. Und das Spannende ist, da sind Menschen dabei, seit drei, vier Jahren, die wirklich als notorische Nicht-Sängerinnen dazu kamen, und die plötzlich mir sagen, du, ich habe mich im Chor angemeldet. Ich habe gerade erst wieder letzte Woche von zwei Teilnehmerinnen gehört, die nie gedacht haben, dass sie je sich trauen, in einen Chor zu gehen. Ja, es passiert, dass wir durch Singen unsere Stimme verbessern. Warum? Stimmmuskeln sind, wie auch andere Muskeln in unserem Körper, Muskeln, die wir durch Wiederholung, durch Praxis, also durch eine Übelpraxis, können wir die trainieren und stärken. Das ist wie so ein sportliches Workout. Je öfter ich es mache, desto leichter und leichtfüßiger fühlt sich das auch für mich an. Und beim Singen passieren ja auf verschiedenen Ebenen Dinge. Also die Atmung wird verlängert. Das heißt, ich trainiere auch die Atemmuskulatur. Das Lungenvolumen vergrößert sich. Die Haltung verbessert sich. Die Rückenmuskulatur muss arbeiten, weil ich kenne niemanden, der Happy Birthday to you singt. Was machen wir, wenn wir Happy Birthday singen? Wir richten uns in der Familie alle auf. Mund auf. Und das ist wirklich das Schönste, das ich immer sagen kann. Und das ist kein Heilsversprechen. Es ist Faktum, je mehr du singst, desto besser wird deine Stimme. Achtung, Klammer auf. Es heißt nicht, dass wir jetzt alle Ed Sheerans und Mara Careys werden. Und es betrifft auch Menschen, die von sich sagen, ich höre es nicht, ob ein Ton hier sein muss oder hier. Es ist egal. Auch dieser Mensch wird merken, boah, immer wenn ich gesungen habe, danach geht es mir besser. Ich kann es zwar in dem Sinne nicht, wie ein Profi, aber boah, ich fühle mich schon viel leichter und es macht mehr Spaß. Und dann können wir jetzt wirklich gleich auf die gesundheitlichen Vorteile kommen, auf die positive Effekte, weil so notorische Nichtsänger, die muss man vielleicht auch erstmal überzeugen, dass sie vielleicht das mal ausprobieren. Ich glaube, die, die schon alleine unter der Dusche singen, die muss man nicht überzeugen. Aber wir brauchen noch so ein paar Argumente, Ariane. Was macht das Singen mit uns auf die Gesundheit körperlich? Du hast es so schon gesagt, oder auf deiner Webseite geschrieben. Es ist wirklich so Wellness für Körper, Geist und Potenzialentfaltung. Also wir haben körperliche Aspekte, geistige Aspekte und dann nochmal deine Potenzialentfaltung. Mit was fangen wir an? Ich überlasse dir das. Wir fangen vielleicht erstmal mit der Potenzialentfaltung an. Denn wir sagen immer Stimmarbeit und Singen gehört zur Stimmarbeit dazu. Singen stärkt unsere Persönlichkeit. Wir lernen uns besser kennen. Wir haben ein besseres Gespür, also eine bessere Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für unseren Körper. Und in meiner Studie kam raus, die Körperwahrnehmung, die wird verbessert. Warum brauche ich die im Alltag? Naja, wenn ich viel im Stress bin, dann ist es wichtig, dass ich ab und zu mal merke, oh Moment, wie geht es mir eigentlich gerade? Was brauche ich gerade? Ich sollte eine gute Verbindung immer wieder mal suchen zu mir. Das kann ich aber nur, wenn ich meinen Körper wahrnehme. Das heißt, Singen stärkt also hier wirklich so erstmal dieses Selbstbild, diese Selbstwahrnehmung. Es öffnet Räume. Bei uns kam auch raus in der Studie, Menschen fühlen sich selbst wirksamer. Wichtiger Resilienzfaktor. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig zu wissen, was kann ich tun, damit ich das alles schaffe. Schaffe ich das? Also Potenzialentfaltung ist ein sehr großes Feld und deswegen setze ich auch in der Stimmarbeit mit Führungskräften oder mit Menschen auf der beruflichen Bühne Singen ein. Auf der anderen Ebene, auf der mentalen Ebene, passiert etwas und das passiert immer. Wir werden ja auch zusammen singen. Ich frage das auch immer gerne ab, auch während der Session, nach jedem Termin und am Ende. Und das Schöne ist, meine Teilnehmer sagen immer so nach drei Liedern beginnt dann die Magic im Körper. Aber was passiert da? Naja, also erstmal durchs Singen werden Endorphine ausgeschüttet. Ob wir wollen oder nicht. Also wir singen ja nicht Lieder, auf die wir keine Lust haben. Und selbst wenn wir Lieder noch nicht singen können, übrigens gestalte ich es deswegen sehr niedrigschwellig mit Textvideos, damit es einfach ist. Und ich leite die ganze Zeit an, damit da immer ganz viel Hilfe da ist. Endorphine werden ausgeschüttet und wir fühlen uns dann danach glücklicher, besser gelaunt, positiver gestimmt. Und in meiner Studie kam raus, nach diesen vier Wochen, da waren viele notorische Nichtsänger und Sängerinnen dabei, haben Menschen sich zufriedener gefühlt. Also die Lebenszufriedenheit ist deutlich gestiegen. Das finde ich ein sehr großes Argument, denn wir alle kennen das, Stress macht was mit uns, auch diese ganze Welt. Das kann unsicher machen, das kann Angst machen. Und hier eine natürliche Energietankstelle zu haben, die die gute Laune, die Zuversicht, auch das Vertrauen wieder, die Positivität fördert, das kann Singen wunderbar sein. Also das ist die mentale Ebene. Da habe ich kurz eine Danksfrage. Ja, gerne. Du hast gerade gesagt, wenn es uns nicht so gut geht, dann können wir das Singen eigentlich bewusst einsetzen, um mal aus diesem Tal, aus diesem Loch rauszukommen. Weil oft ist es ja so, dass wir Menschen dazu verleiten, dass wir uns so lange und so tief in diesem Tal bewegen und gar nicht mehr rauskommen. Und da sagst du, Singen ist eine gute Möglichkeit, einfach dieses Tal zu überwinden. Ja. Das habe ich richtig verstanden. Ja. Es sind auch bei mir beim Singen Menschen dabei, die nach einem Burnout sich befinden, vor einem Burnout. Menschen mit depressiven Erkrankungen. Denn es ist wirklich so, dass Singen wie als Medikation, und das ist auch der Professor Schäfer, mit dem ich ja meine Studie durchgeführt habe, unser Ziel wäre es deshalb, Singen oder auch Kunsttherapie malen, also man kann das auch noch ein bisschen erweitern, dass man das wirklich verschreiben, also dass das verschreibungspflichtig wird, dass Menschen, bevor sie Tabletten bekommen, das auf natürliche Art und Weise probieren. Denn unser Hormonhaushalt verändert sich durch Singen. Auch Oxytocin wird zum Beispiel ausgeschüttet. Also wenn ich zum Beispiel gemeinsam mit Menschen singe, ob online oder in einem Chor oder zu Hause mit der Familie, dann werde ich danach dieses Gefühl haben, oh, man strahlt sich an, oh, das war schön. Was passiert? Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Die Zugehörigkeit, dieses Gefühl wird gestärkt. Das kam auch in unserer Studie raus. Genau. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber lass uns erst mal kurz, wir hatten die Potenzialentfaltung und die Mentalebene, jetzt kommen wir noch ganz kurz auf die körperliche und dann stelle ich dir noch ein paar Fragen. Ich freue mich. Ja, auf der körperlichen Ebene passiert ganz viel. Das naheliegendste erstmal, was ich als Stimmcoach immer sage und deshalb benutze ich es auch als Tool im Stimmcoaching, wenn es auf sprecherische Ebene, wenn wir da arbeiten, Stimmlippen, Stimmlippen sind Muskeln auch und wir wissen, Muskeln wollen und dürfen und sollten trainiert werden. Wenn ich singe, trainiere ich diese Stimmmuskeln. Stimmmuskeln sind etwas und das merken viel Sprecher und viel Sprecherinnen erst dann, wenn es nicht mehr so gut funktioniert. Ich arbeite seit über 15 Jahren auch als Dozentin für Lehrkräfte und Erziehungskräfte und da höre ich in jedem Seminar wirklich auch Leidensgeschichten. Menschen, die sagen, ich schaffe den Tag fast nicht. Acht Stunden jeden Tag laut sprechen, ich bin regelmäßig heiser, meine Stimme versagt, Menschen werden dann berufsunfähig. Wenn man mal versteht, wir können uns keine neuen Stimmmuskeln kaufen. Also auch so dieser Aspekt der Prophylaxe, singen hilft, gerade auch fürs Alter dann gesehen, dass die Stimme hier gestärkt wird. Und trainiert wird, gesund bleibt. Auf körperlicher Ebene passiert auch noch etwas, was automatisch passiert beim Singen, denn Singen ist tönend gemachter Ausatmen, so wie Sprechen auch. Beim Singen verlängert sich aber der Ausatmen und was passiert mit der Atemmuskulatur? Die wird gestärkt und trainiert. Das heißt, ob ich will oder nicht, mache ich hier Atemübungen. Die Haltung, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, die ist anders beim Singen. Wie viele sitzen im Homeoffice und wenn ich dann frage, wie Klienten sitzen, da passiert halt nach dem dritten, vierten Meeting und dann vielleicht auch noch so hier die Vergrümmung. Wir alle kennen das, ich auch. Deshalb macht es Sinn, auch Singen als kleine Mikropause zwischen Terminen im Homeoffice, also so eine Songlänge, sich zu gönnen, um sich wieder aufzurichten. Wenn ich jetzt noch dazu mich bewege und tanze, was ich bei meinem Konzept ganz viel auch mache, ja jetzt aktivieren wir den ganzen Körper. Jetzt lockern wir und vor allem lösen Fehlspannungen. Denn wenn wir lange sitzen oder lange sitzen, passiert eines, was wir gar nicht merken. Es entstehen Festhaltungen, also der Tonus im Körper verändert sich. Irgendwo wird Hypertonus aufgebaut, viel zu viel Spannung als nötig. Und wenn wir die Spannung, die Fehlspannung jetzt nicht auflösen, lockern, dann wird es schwierig über all die Zeit. Und jetzt geht es noch weiter, unsere Atmung reagiert darauf, unsere Stimmqualität, also alle, die sagen, ich bin viele Meetings, ich muss da was anmoderieren, ich muss präsentieren, wird dann schwierig. Weil die Art und Weise, wie ich sitze und stehe und ob ich mich mal durchlockere oder nicht, macht etwas mit meiner Wirkung. Also man merkt, Stimme ist so ein, wir sagen immer ein Riesenpuzzle. Oder ja, ein Riesenpuzzle. Und es lohnt sich, irgendwo zu starten. Und ich starte eben jetzt ganz gezielt beim Singen, weil Singen ist hier eine einfache Möglichkeit, um ganz viele positive Effekte gleichzeitig zu erzeugen. Und man kann es ja auch überall machen. Also das ist ja auch immer so was, du kannst überall singen, unter der Dusche oder im Auto, um beim Beispiel zu bleiben. Ich habe mal gelesen, dass das Singen auch das Immunsystem beeinflusst. Kannst du darüber noch was sagen? Ja, die Sauerstoffzufuhr wird ja erhöht beim Singen. Und das macht ja auch etwas, also wir brauchen ja Sauerstoff, um gesund zu bleiben. Auch die Organe werden durchblutet. Also das ganze Körper-Nervensystem oder zum Beispiel beim Singen wird auch der Vagusnerv aktiviert. Das alles ist ja für unser Immunsystem wichtig, dass wir nicht im Dauerstressmodus bleiben. Und wenn jetzt Stressreduktion stattfindet, dann hat es natürlich ganz direkt mit unserem Immunsystem zu tun, weil wir werden krank, wenn wir lange gestresst bleiben und in dieser Funktionsdurchhalte-Überlebensschleife bleiben. Also ist natürlich, wenn wir singen, hat es eine große Auswirkung, ob ich mich gesund fühle und es hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Das alles, was du gesagt hast, spezifisch gilt es nur für Singen. Aber gibt es auch Dinge, die allgemein für die Musik gültig sind? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Klavier spielen kann, könnte er das auch mit Klavierspielen machen? Was natürlich, klar, die Stimmbänder, die Muskulatur, meine versagt schon. Ja, das ist wunderbar, das ist bei mir auch, das ist ganz normal, dass mal zwischendrin das bisschen, das wird mir nachher auch noch passieren wahrscheinlich. Genau, also ist es auch für die Musik allgemein gültig? Ja, ich sage immer, macht Musik oder singt. Menschen, die sagen, ich bin nicht so der Sänger, ich bin vielleicht eher introvertierter, wobei es hat eigentlich auch nichts mit Singen zu tun, aber Menschen, die gern Klavier spielen, die werden über ähnliche Effekte berichten. Also so nach dem Klavierspielen fühle ich mich entspannter, wieder mit mir verbunden. Warum? Wenn ich Klavier spiele, dann bin ich ganz konzentriert und im Fokus. Ich lasse mich in die Musik fallen und dadurch kommen wir in diesen Flow, also Stress wird reduziert, unser Stressempfinden verändert sich. Und dadurch ist danach natürlich auch unser ganzes Befinden verändert sich. Auch dieses Emotionale in der Musik, also wenn ich jetzt Klavier spiele und mich freue, dass ich da ein Lied gut spielen kann und dann verändert sich da was in der Musik. Plötzlich wird es schnell, das Tempo wird verändert und es geht hoch und es geht runter. Also da werden ja auch sogenannte Gänsehauterlebnisse erzeugt. Das passiert ja immer, wenn wir Musik hören oder wenn wir Musik machen. Und das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung für uns, die gut tut und die unser Wohlbefinden stärkt. Ist es wichtig, was wir singen? Also welche Richtung kann ich diese positiven Effekte bei Rap, bei Heavy Metal, bei Klassik, bei Pop, Rock immer erreichen? Ist das völlig egal oder muss man da auf was achten? Ja, das ist eine schöne Frage. Habe ich mir auch Gedanken gemacht. Grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig und da versuche ich auf meiner Plattform immer eine Schnittmenge zu finden. Grundsätzlich ist es wichtig, Musik zu singen, die ich mag. Also du singst Lieder, die du magst und dein Mann mag vielleicht wieder ganz andere Musik, die singt er dann. Also Rockliebhaber, die sind halt dann im Flow und glücklich und lassen los, wenn sie Rock singen. Andere sagen, nee, 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 ich liebe Schlager. Ich glaube, da darf man so dieses individuelle, diesen Geschmack, der ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt auch Studien dazu, welche Musik, welche Gänsehauterlebnisse erzeugt. Da habe ich jetzt nur nicht auf die Schnelle was gefunden. Ich glaube auch nicht, dass man immer, zum Beispiel, wenn man schwanger ist, nur Mozart hören sollte, dieses Kind, weil es gibt Mamas, die sagen, oh nee, Mozart ist überhaupt nicht meins. Und die hören halt dann andere entspannte Musik. Alles, was uns entspannt, entspannt unser ganzes System und wichtig ist, es einfach zu tun. Eine Sache ist aber, sollte man beachten, wenn ich jetzt Rockmusik zum Beispiel liebe und singe, dann sollte ich mir überlegen, wenn morgens um 8 Uhr, wenn ich das Haus verlasse, dass ich nicht gleich mit I wanna high, well, ganz laut da dröhne, bevor ich mich mal aufgewärmt habe stimmlich. Also wir sollten schon, weil unsere Stimmlippen sind Muskeln, deswegen ist dieses Warm-up, dieses Aufwärm-Training ein ganz großer Part in meinem Coaching-Konzept. Das kann jeder, ob beruflicher Vielsprecher oder Hobbysänger. Es ist ganz wichtig, nie mit einem Kaltstart zu starten, also sich kurz vorzubereiten. Und dann, wenn ich merke, boah, heute bin ich aber irgendwie so müde, der hohe Ton geht heute gar nicht, weglassen. Also singen soll nicht wehtun, weil dann wird es auch für die Muskulatur, es ist ja ein ganz fein abgestimmtes System, wie wir den Mund öffnen, wie der Kehlkopf dann sich hebt oder senkt oder wie die Stimmlippen in Schwingung gebracht werden. Jede kleinste Überspannung, jeder Stress, den wir da im Körper aufbauen, der macht was wieder mit unserer Stimme. Und dann rutschen Töne weg oder die Töne versagen uns. Und da ist es mir als Stimmcoach natürlich ganz, ganz wichtig, hier Menschen zu begleiten, dass das nicht passiert. Weil ich sehe sofort, ah, du hebst die Schultern, lass mal die Schultern unten oder mehr Mund aufmachen beim Singen. Und dann funktioniert es egal, mit welchem Song. Also grundsätzlich gilt, zu hohe Töne weglassen, zu tiefe Töne weglassen. Und als Familie sucht euch eine Tonart, wo ihr euch alle trefft. Der eine darf brummen, der andere darf hochsingen. Es ist völlig egal. Hauptsache alle haben Spaß. Denn Kinder beobachten Eltern. Und wenn Eltern notorische Nichtsänger sind, die sagen, oh Gott, ich hasse singen. Und dann stehe ich da und singe und happy birthday to you. Dann klingt das auch so. Und Kinder machen das nach. Also es macht Sinn, beim Singen auch hier Vorbildfunktion zu sein, damit Kinder weiterhin im Spaß bleiben. Lass uns weiter über Kinder und Familie sprechen. Du hast es schon gesagt, wenn Kinder im Bauch sind, dann spielt man ihnen oft schon Musik vor oder singt selbst. Und ich finde, je kleiner die Kinder sind, desto mehr ist das Singen in unserem Alltag. Wenn sie geboren werden, dann fangen wir an, gute Nachtlieder zu singen. Wir singen mit ihnen Weihnachtslieder. Happy Birthday. Und im Kindergarten wird ja auch ganz, ganz viel gesungen. Aber je älter die Kinder werden, desto weniger nimmt auch das Singen ab. Also was rätst du Familien? Sollen sie regelmäßig singen? Was machst du mit deinem Sohn? Das würde mich auch sehr interessieren. Und kannst du noch mal, das hattest du vorhin kurz erwähnt, kannst du noch mal was dazu erzählen, wenn man in einer Gemeinschaft singt? Katharina, hast du gesagt, es stärkt die Bindung, die Verbindung. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. Lange, große Frage. Wir können sie nacheinander abarbeiten auch. Genau, wo fange ich an? Ja, wenn Kinder älter werden, genau, dann wird es halt irgendwann uncooler. Ich bin ja sehr dankbar über Voice of Germany, weil Jugendliche und Teenager lieben diese Sendung. Ich übrigens auch. Zu meiner Zeit, als ich noch als Popsängerin mein Album produziert habe, war es noch so, dass es in Deutschland ganz wenig coole deutsche Sänger gab. Und deutscher Pop, der war, das war ganz schwierig. Also die Leute haben sich auch damit nicht identifiziert. Alles, was aus Amerika oder England kam, war viel cooler. Und deswegen haben die Leute auch hier gar nicht so gespürt, dass sie auch ins Singen kommen. Ich glaube, bei Teenagern und bei älteren Kindern ist es ganz wichtig, mal zu fragen, was hörst denn du gerade? Weil ich kenne kein Kind, was keine Spotify-Liste hat oder irgendwie auf YouTube mal war und dann wieder irgendeinen Song hört oder in der Klasse wird gesagt, hey, hast du den neuen Song schon gehört? Und da macht es auch Sinn als Eltern, und ich kenne die Songs teilweise auch gar nicht, ich höre hier Songs von Paluten, das ist wie so ein YouTuber, wo ich mir denke, okay, aber wenn wir Auto fahren, hören wir dann diese Musik. Und mein Sohn singt da laut mit und rappt mit. Und da ist er glücklich. Also mache ich das natürlich auch. Also ich sage ihm jetzt nicht mehr, hey, lass uns Hänzchen klein singen oder hoch auf dem gelben Wagen. Das macht vielleicht Sinn, sich da so ein bisschen am Geschmack der Kinder zu orientieren. Und dann schon versuchen mit ihm dieses, also versuchst du dann auch mit zu rappen? Oder ist das dann uncool? Das mache ich nicht, das ist uncool. Das überlasse ich meinem Sohn. Das heißt, man muss wirklich bei älteren Kindern, muss man ganz vorsichtig sein, sich vielleicht nur für die Musik interessieren und sie so ein bisschen motivieren, dass sie mitsingen zu diesen Liedern. Okay. Und bei kleinen Kindern würdest du wahrscheinlich sagen, singt einfach täglich, oder? Ja, unbedingt. Also als mein Sohn klein war, habe ich das auch täglich gemacht. Und ich habe auch für Ravensburger Kinder-CDs eingesungen. Und da war mir ganz, ganz wichtig, die Tonhöhen der Lieder so zu wählen, dass die Mamas und Papas abends, wenn sie müde sind, das noch mitsingen können. Also dass es nicht zu hoch ist. Und da ist es ganz wichtig, dieses abzulegen, was ich oft im Kindergarten auch gehört habe von anderen Müttern. Und nee, also ich singe jetzt hier nicht, wo ich immer wieder gern wiederhole, bitte mach es. Es ist wichtig für dein Kind und für euch. Und wenn man sich da mal selber das Ego ein bisschen nach hinten stellt und sagt, hey, ich halte es jetzt aus, ich werde es überleben, dann macht es auch plötzlich Spaß. Und sollte man irgendwas zu den Kindern beim Singen sagen? Also wenn sie jetzt zum Beispiel ganz laut schreien, singen oder wenn sie Fehler machen, glaube ich, habe ich die schon verstanden, sollte man sie wahrscheinlich eher nicht korrigieren. Du hast gesagt, es gibt keine Polizei. Also soll man das da einfach ins Vertrauen gehen und die Kinder einfach singen lassen? Oder sollte man sie auch ein bisschen anleiten? Ist ein schmaler Grad, ja, wir Eltern. Also ich glaube, bei den ganz Kleinen funktioniert eines ganz gut, wir machen es richtig vor. Als ich Frühjahrziehung unterrichtet habe und Grundausbildung an den Musikschulen gleich nach meinem Studium, da habe ich immer so kleine Experimente gemacht, dass ich geschaut habe, wie reagieren Vierjährige, ohne dass ich was ausspreche. Also dass ich jetzt nicht sagen muss, wir setzen uns alle gerade hin. Und ich habe am Anfang immer mich hingelümmelt und dann haben alle sich so hingelümmelt, so zwölf Vierjährige lümmelten. Und dann habe ich irgendwann einfach nur den hier gemacht, habe mich gerade aufgerichtet und dann blub, 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 saßen auf einmal zwölf aufrechte Vierjährige. Das ist so spannend. Das vergessen wir ja oft als Eltern. Kinder beobachten uns. Und wenn ich jetzt als Mutter mit meinem dreijährigen Kind singe, dann sollte ich eines machen, nämlich Mund auf. Zähne auseinander beim Singen. Also dieses, oh Gott, ich traue mich nicht, alle meine Entchen, hoffentlich hört mich niemand hier. Dann, oh, ist das schwierig, dann macht es das Kind nach. Wenn ich aber den Mund aufmache, alle meine, dann ist der Klang da bei jedem Menschen. Also Mund auf, Zähne auseinander beim Singen, aufrecht hinstellen, weil das machen Kinder nach. Unsere Stimme braucht Raum, wenn wir singen. Und das brauche ich gar nicht aussprechen. Und wenn ein Kind dann schreit, dann braucht es vielleicht gerade, hat es viel Energie. Dann macht man vielleicht mal kurz beim Song Stopp und dann schreien mal gerade alle oder trampeln oder tanzen mal wild, um diese Energie rauszukriegen. Ja, du hast gerade viel Energie. Oder was auch immer wir dann da machen. Tanzen finde ich da immer super bei Kindern. So richtig die auspowern lassen. Und da kann man ja auch was vormachen. Komm, wir machen ein Spiel, wir hüpfen jetzt ganz lang und dann auf einem Bein und rückwärts. Und was weiß ich, man da alles machen kann. Und dann sinkt man vielleicht. Die positiven Effekte, die du auf die mentale Gesundheit und auch bei der Potentialentfaltung gesagt hast, das kann dich auf Kinder übertragen, oder? Ja. Okay, also dann auch Selbstwirksamkeit ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Kindern. Und dann könntest du noch mal was zu Oxytocin sagen, weil du gesagt hast, wenn man in der Gemeinschaft singt, dann verbindet man sich. Ja, das ist ein ganz schöner Effekt und den spüren eigentlich alle Menschen. Zum Beispiel, ob es im Volksfest ist, beim Volksfest ist oder wenn in der Firma ein Kollege Geburtstag hat und man singt gemeinsam. Oder in der Familie an Weihnachten oder in der Kirche. Es gibt so diese Momente, wo man mit anderen singt und dann plötzlich passiert dieser Moment, wow, wir singen zusammen. Man hat mal, es gab mal eine Studie, dass man beobachtet hat, dass bei Chorsängern, die zusammen singen, sich der Herzschlag annähert. Also, deswegen sage ich immer so ein bisschen plakativ, Menschen, die singen können, können keine Kriege führen. Weil, wenn wir singen, dann ist es völlig egal, ob du jetzt irgendwie dieser Meinung bist oder der anderen Meinung bist. Singen kann eine Möglichkeit sein, auf einer ganz anderen Ebene Menschen zu verbinden, unabhängig der Unterschiedlichkeiten. Und wenn wir gemeinsam eine Harmonie tönen in einem Song, war es bei mir auch der Fall, dann, genau, was habe ich gerade gemacht? Übrigens als Stimmcoach sage ich es immer gerne, ich habe jetzt nicht geräuspert, weil räuspern ist immer nicht so gut für die Stimme. Also, wir husten dann ab oder schlucken oder trinken. Genau, Entschuldigung. Genau, weil alle wundern sich, wieso hustet ihr? Genau. Also, wenn wir zusammen singen, dann passiert etwas, dass wir in Verbindung treten, erst mal mit uns selbst und dann eben mit anderen Menschen, dadurch, dass wir unsere Stimme, unsere Töne in den Raum schicken. Und die anderen Menschen schicken auch ihre Töne in den Raum. Und diese Töne und Klänge verbinden sich jetzt. Ich bin aber immer noch ich und der andere ist immer noch er und sie ist immer noch sie, aber wir verbinden uns. Und hormonell passiert eben das. Und deswegen sagt man auch, gemeinsames Singen macht auch glücklich. Vielleicht erzähle ich da noch die kurze Studie von der Anke Engelke. Die Anke Engelke hat eine Doku gemacht, ich glaube in der ARD war das, so etwas wie Auf der Suche nach dem Glück, so ähnlich heißt das, der Film. Und der Professor Kreuz, ein Musikwissenschaftler, hat mit ihr unter anderem mit einem Chor gearbeitet. Und bei diesem Chor haben die gesagt, okay, dieser Chor, das war in Köln, ein Chor, der hieß Chor der Muffeligen, fand ich super den Namen. Die fanden Singen wohl nicht so tolle. Und dann sollten die singen, einmal die Woche und danach wurde immer eine Speichelprobe abgenommen. Und einmal haben sie nur gesprochen und nicht gesungen, was auch in meiner Studie ja der Fall war. Und dann kam raus, für mich nicht ein Wunder, aber es kam ganz spannend raus, aha, da hat sich was verändert im Speichel. Nach dem Singen hat sich was im Körper verändert. Und deswegen sagen wir gerne ganz plakativ, ja, Singen macht glücklich und entspannt, weil unser Körpersystem reagiert darauf. Und dieses Oxytocin, das ist eben dieses Bindungshormon, also wo wir das Gefühl haben, wir gehören dazu. Unabhängig dem, wer ich bin sonst. Ich gehöre dazu. Es ist ein wunderbares und wichtiges Gefühl in unserer Zeit. Und auch so dieses Gefühl, hey, es stärkt auch das Miteinander. Also es ist, ich singe ja gerne mit Teams auch. Ich gehe in Unternehmen rein, auch klassische Konzerne, große Konzerne, zum Beispiel SAP, da waren dann 500 Leute und die haben dann mit mir gesungen und getanzt. Also ganz bewusst auch gewählt, wir wollen unserem Team jetzt was Gutes tun und dann singen wir alle gemeinsam und das ist dann spürbar. Die Leute strahlen sogar online in die Kamera und danach denkt man sich, hey, wir haben zusammen gesungen. Cool, jetzt können wir auch dieses Projekt, diese schwierige Aufgabe gut lösen gemeinsam. Ja, ich glaube, das mit der Verbindung ist in der Familie vor allem sehr, sehr toll, weil in der Familie geht es ja eigentlich nur um Bindung, um diese Zugehörigkeit, die jeder in der Familie will. Deswegen denke ich, es ist ein gemeinsames Singen immer gut. Es macht gute Laune, es verbindet einen und es nimmt den Stress dann auch aus der Familie. Du hast jetzt schon ganz, ganz oft deine Studie erwähnt und auch dein Online-Singen und ich würde den Zuschauern gerne so ein bisschen den Hintergrund erläutern. Es war in der Corona-Zeit, als die Welt verrückt spielte und da hat man Künstlern wie dir die Lebensgrundlage entzogen. Man hat aber auch viele, viele Menschen gehabt, die plötzlich keine sozialen Kontakte mehr hatten, die ganz viel Unsicherheit gespürt haben, die Ängste hatten. Und da hast du angefangen mit deinem Projekt, mit deinem Online-Singen. Erzähl mal weiter. Ja, du hast es schon schön gesagt. Für uns Künstler, und ich bin ja auch selbstständig als Stimmcoach, das war schon eine ganz intensive Erfahrung, dass plötzlich der Kalender wie leergefegt ist. Also von heute auf morgen alles leer. Und wir durften ja auch wirklich nicht auf die Bühne gehen oder Workshops, Seminare mit Firmen durchzuführen, war auch nicht möglich. Und die Sabine Askedom ist eine ganz, ganz tolle Frau, die du wahrscheinlich auch kennst oder die ihr auch kennt. Ist eine Freundin von mir und die hat uns Coaches auf Social Media markiert und hat einen großen Aufruf gestartet, ihr lieben Coaches da draußen, wir sollten jetzt was tun. Wir sollten die Menschen da draußen unterstützen. Und dann hat sie bei mir geschrieben, Ariane, kannst du nicht online singen mit den Menschen, um die da irgendwie zu erreichen? Und mein erster Gedanke war als Profisängerin, nee, nee. Ich meine, ich war gewohnt mit Band auf der Bühne, da sind immer Techniker, dieses Online-Ding, ich kannte das ja gar nicht. Und das war ja auch noch gar nicht so üblich. Und irgendwie hat mich das dann nicht losgelassen. Und dann habe ich einfach wirklich ganz naiv, Gott sei Dank, habe ich einfach gedacht, weißt du was, ich mache das jetzt. Ich habe so einen Impuls in mir. Ich habe dann auch am Balkon gestanden und habe mir beim Keyboard für die Nachbarschaft gesungen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, weißt du was, ich poste das jetzt einfach und sage, ich gehe jetzt jede Woche umsonst eine Stunde online, stelle da mein Keyboard hin, zünde eine Kerze an und dann singen wir. Also es war technisch noch wirklich, noch überhaupt nicht ausgereift. Und das Spannende war, da haben sich Menschen eingeloggt. Und da waren eben auch Menschen dabei, ich weiß noch ganz am Anfang, einige Menschen haben nur geweint. Einige Menschen waren dabei, die auch gesagt haben, wie du erwähnt hast, sie sind seit Wochen und Monaten alleine. Sie kommen nicht raus, sie haben Angst. Manche Menschen waren krank. Und auch für mich war das eine tolle Möglichkeit, im Kontakt zu bleiben und die Zuversicht immer wieder ganz bewusst zu suchen. Und durch diese eine Stunde in der Woche, das machte natürlich auch was mit mir. Also die Effekte wirken ja bei mir genauso. Und irgendwann merkte ich, hä, wieso schreiben mir da Menschen, dass sie plötzlich singen können, obwohl die eigentlich nicht singen konnten. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, da entsteht gerade ein ernstzunehmendes Projekt. Das will ich jetzt wissen. Was ist das? Und dann habe ich angefangen zu suchen im Internet und habe eben dann diesen Film mit Anke Engelke und mit dem Herrn Professor Kreuz gefunden und habe dann den Professor Kreuz angeschrieben und habe einfach geschrieben, hallo, wer ich bin und ich habe hier ein Online-Sing-Projekt gegründet und ich bin da so neugierig. Ich merke, da passiert gerade ganz viel. Ich würde es gerne wissenschaftlich untersuchen. Und dann war er total begeistert und meinte so, wow. Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, Singe macht glücklich. Das ist ein ganz tolles Buch. Und dann meinte er so, wow, er hätte da große Lust darauf, die Studie mit mir zu machen, aber er ist schon gebunden in anderen Projekten. Und dann hat er mir Professor Schäfer empfohlen und den habe ich dann angeschrieben. Innerhalb eines Tages schrieb er mir zurück, nur mit diesem Wortlaut, ja, ich bin dabei, super, ich forsche seit 15 Jahren in der Musik. Und dann haben wir quasi mein Konzept, also mein Projekt, ich habe dann gemeinsam mit ihm überlegt, was will ich denn messen, also was erlebe ich denn da? Und dann habe ich eben diese Dinge wie Körperwahrnehmung. Ich merke, die Leute sind anders mit ihrem Körper verbunden oder die fühlen sich plötzlich mutiger, also Selbstwirksamkeit. Und dann meinte er als Psychologe, wow, das müssen wir unbedingt mal untersuchen, Selbstwirksamkeit. Und dann waren da eben noch andere Themen wie Stressempfinden, haben wir gemessen, die Lebenszufriedenheit und haben dann die Studie aufgesetzt, was ja schon ein großes Projekt ist, mit seiner Uni, mit seinem Lehrstuhl. Und ich habe dann einen Aufruf im Internet gemacht, dann waren 78 Menschen dabei und dann bin ich vier Wochen, einmal die Woche online gegangen und es gab dann eben die Gesangsgruppe, die Gesprächsgruppe. Wir mussten ja auch natürlich Kontrollgruppen etablieren, damit es auch wirklich hier gut gemessen wird und eine Gruppe, die gar nichts gemacht hat. Ja, und dann nach vier Wochen, ich war so nervös, weil ich wusste, eine Studie durchzuführen ist schon mal toll. Das heißt noch lange nicht, dass die Ergebnisse aussagekräftig und für mich auch zufriedenstellend sind. Ich wusste, da passiert was und da passiert ganz viel, aber mir war es natürlich wichtig, auch kann man das wissenschaftlich jetzt wirklich messen? Und ja, ich bin da wirklich auch jeden Tag wirklich dankbar und stolz und glücklich, wir konnten es messen und zwar deutlich. Und die Krönung war dann eben letztes Jahr im Januar, also 2023 im Januar, wurde unsere Studie veröffentlicht in den USA, was auch nochmal ein Ritterschlag ist, weil es gibt ja weltweit so viele Studien. Und es wird dann auch nochmal geprüft von mehreren Gutachtern, über Monate wird die Studie auf links und auf rechts gedreht. Und wir haben die Veröffentlichung hier im amerikanischen psychologischen Magazin, was sehr renommiert ist im Health and Wellbeing. Und diese Methode, diesen Ansatz, den möchte ich jetzt in die Welt bringen, weil ich der Meinung bin, wir alle brauchen Energietankstellen. Und es sollte einen Ort online geben, so einen Wohlfühlort, wo Menschen einfach ohne Groß-Hack-Max sich einloggen können, was bezahlbar ist, was günstig ist und wo man sich gut unterstützen kann. Das heißt, aus diesem Corona-Projekt ist jetzt ein richtiges Projekt geworden. Du machst es immer noch, obwohl Menschen jetzt auch in den Chor gehen könnten. Wir haben wieder die sozialen Kontakte und trotzdem gibt es da so viele Benefits von deinem Online-Singen, dass du es weitermachst. Ich glaube, ich hätte genauso reagiert wie du. Was? Online-Singen? Geht das denn? Kannst du uns das nochmal ein bisschen näher erklären? Also wenn man sich jetzt bei dir eindockt und mit dir singt, hört man dann alle anderen? Hören die allen anderen mich? Dann wären wir schon wieder bei Scham und Angst. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären? Also ich habe, der Nachteil von Online wurde zum Vorteil für alle, die eher schüchtern sind. Und nein, du hörst dich nur bei dir, aber du hörst, also du schickst deine Stimme nicht raus. Du bist stumm geschaltet. Das heißt, wir sehen hier dann ganz viele Kacheln. Ich habe hier mein Setup, mein Gesangsmikrofon und ich mache dann auch mein Hall an. Und dann ist es so wie, du stehst mit mir gerade im Konzert und wir singen zusammen. Und dadurch, dass nur du dich laut hörst und jetzt Boxen aufgestellt hast und laut die Musik machst, zum Beispiel ein Hoch auf uns, hörst du hier ganz viele Stimmen, die ich eingesungen habe, damit das Gefühl auch so ist, oh, ich singe da miteinander. Und du siehst aber alle anderen. Und dieses, das ist ein ganz spannender Effekt, der da eben entsteht, dadurch, dass sich alle sehen und alle mutig sind und alle da rumtanzen strahlend, passiert etwas mit dem Einzelnen. Man wird auch mutiger. Und jetzt im Laufe dieser Session, im Laufe dieser Stunde, traue ich mich immer mehr. Und wir singen ja nicht nur ein Lied. Ich habe ja mittlerweile circa 60 Playbacks selber produziert mit meinem Team. Ich habe hier einen super, bin ich so dankbar, meinen Pianist und Produzent, mit dem ich seit über 25 Jahren schon arbeite, der ist in diesem Projekt auch mit dabei. Und wir produzieren hier wirklich hochwertige Playbacks. Das ist mir ganz wichtig als Sängerin, dass das wirklich qualitativ hochwertig ist. Und ganz wichtig, der Text wird eingeblendet. Das ist da ein bisschen wie Karaoke singen. Und ich stehe da neben dem Text und gebe hier die ganze Zeit Tipps, damit auch eben nicht Sänger hier Spaß dabei haben. Weil ich kenne natürlich die Fallstricke in den Liedern und das, was da vielleicht im Kopf gerade passiert. Und deshalb leite ich da die ganze Zeit durch. Das ist eine schöne Möglichkeit für alle Menschen, die gerne singen, aber sich nicht trauen, in einen Chor zu gehen, das erstmal dann auch auszuprobieren. Das ist echt schön. Sinkt man eigentlich jetzt echt 60 Minuten lang oder macht man noch andere Sachen mit dir? Ich mache natürlich noch andere Sachen. Also wir machen Körperarbeit, wir machen Atemarbeit und dann wird gesungen. Also ich bereite erst die Stimme vor. Und das Schöne ist, dass gerade Mamas, Papas, Menschen, die viel sprechen müssen, die können zum Beispiel in meiner Session am Dienstagmittag mit mir wirklich eine gemeinsame Mittagspause machen. Und haben dann aber so ihre Achtsamkeitspraxis, ihre Übelpraxis für Selbstfürsorge in der Woche gut untergebracht. Also es hat auch so einen pragmatischen Charakter. Ich muss das Haus nicht verlassen. Ich mache das aus dem Homeoffice heraus. Und dadurch komme ich, also ich komme quasi zu dir, zum Entspannen, zum Gemeinsamen. Und deshalb sind es Menschen, die entweder gleichzeitig auch in echten Chören sind, meine Kunden, die nie in einen Chor gehen würden oder Menschen, die sagen, für mich ist das optimal. Ich gehe zwar auch zum Sport regelmäßig und mache Yoga, aber das ist einfach etwas, wo ich für mich merke, das brauche ich so in der Woche, um Energie aufzutanken und zu üben vor allem. Also darauf wollte ich noch raus, diese Warm-up-Übungen und diese Stimmübungen, die ich dir gebe, die nutzt du auch für dich natürlich dann jeden Tag. Jetzt haben wir richtig Lust mitzumachen, Ariane. Und für alle Mitglieder unseres Longevity-Clubs haben wir auch eine Überraschung. Wir haben dich gebucht. Wenn das Interview ausgestrahlt wird, haben wir noch zwei Termine mit dir. Also alle Teilnehmer des Longevity-Clubs dürfen mit Ariane singen. Und man kann aber natürlich auch auf deine Webseite gehen. Du bietest ganz normal Tickets an. Man kann ein Ticket für einmal kaufen, dann kann man das erstmal ausprobieren und schauen, ob es einem gefällt oder nicht. Aber du bietest dann noch mehrere Optionen an. Wir werden auf jeden Fall alle Links unter dem Interview verlinken, sodass sie dich finden können, Ariane. Danke. Wunderbar. Ja, ich wäre am Ende meiner Fragen. Es war sehr spannend, Ariane. Vielen, vielen Dank. Ich möchte aber auch gerne nochmal hier die Zeit und den Raum geben. Falls du noch irgendwas sagen möchtest, was wir noch nicht alles angesprochen haben. Oh, ich glaube, es war jetzt schon so, es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir, Kiki. Es ist so schön, wenn man Zeit hat, darüber zu sprechen. Das ist mein Lieblingsthema. Und danke dir für die Einladung. Mein Schlusssatz oder mein Schlussplädoyer ist eigentlich, Leute, bitte singt mehr und beginne ab heute, deine Stimme wertzuschätzen und zu mögen, so wie sie ist, damit dich auch hier singen als ganz natürliche Kraftquelle und Energietankstelle unterstützen kann. Danke, Ariane. Das war nämlich auch ein Teil aus dem Interview, der mir sehr ans Herz gegangen ist. Die Stimme ist ein Teil von mir. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz bedeutend. Okay, ich werde jetzt mit meinen Kindern die Fußball-Fan-Gesänge singen, habe ich mir jetzt vorgenommen. Das gibt es nämlich auch, Ariane, nicht nur irgendwelche coole YouTuber. Dann werde ich das tun, werde mir vielleicht auch noch ein paar Liedtexte einverleiben und werde ganz viel Spaß mit meinen Kindern haben. Ariane, herzlichen Dank für deine Zeit und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis bald. Tschüssi. Ciao.